Jeder Mann Jede Frau Jede helfende Hand wird gebraucht, weil es wichtig ist, dass die NPD in Mecklenburg-Vorpommern wieder in den Landtag einzieht. Nur wenn wir alle zusammen kämpfen, ist der Erfolg gesichert. Darum bitte ich jeden, der helfen kann und helfen will, sich bei uns zu melden, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere Informationen dorthin gelangen, wo sie hingehören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017